Herzlich willkommen in meinem Königreich. Das einzige Weingut Deutschlands, das einen eigenen Weinkönig hat. Ich bin Fuchs König Kunze hier beim Weingut Leo Fuchs und ich kann euch sagen, ich habe die neuen Weine schon probieren dürfen. Sie sind sensationell geworden. Ihr dürft euch freuen auf großartige Weine hier aus meinem Königreich, die ich gerne mit euch teile. Ich habe sie ja schon hier probieren dürfen im Keller und habe auch schon einen Schluck im Glas. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn ab Mai dann die Flaschen wieder gefüllt sind mit dem neuen Wein, mit dem tollen Rebensaft hier aus meinem Königreich, aus Pommern vom Weingut Leo Fuchs. Zum Wohl, wir sehen uns im Mai.